Die Schreinwache schützt. Wegtreten. Ich kann euch helfen, euch hier zu entwickeln. Ihr werdet den Eiern nichts antun. Ich schütze die Lebensbecken. Erbärmliche Titanen-Varionette. Ihr seid kein wahrer Drache. Erbärmliche Titanen-Varionette. Erbärmliche Titanen-Varionette. Erbärmliche Titanen-Varionette. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eure falsche Herrschaft muss enden! Phuorion? Ah, ihr seid mutig Welpe. Auch ihr kämpft für die falsche Seite. Sie hat euch nie erzählt, welches Leid man uns zugefügt hat, die Schmach vergessen zu werden. Ich will, dass ihr zuseht, wie alles, was sie erreicht hat, zu Staub zerfällt. Erst dann soll sie ihr gerechtes Ende finden. Ich will, dass ihr zusehen könnt. Was ist euer Anliegen? Unsere Königin erwartet uns. Ich will, dass ihr zusehen könnt. Ich will, dass ihr zusehen könnt. Die Aspekte mögen euch segnen. Ich will, dass ihr zusehen könnt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Königin, ihr habt einen mächtigen Schlag abbekommen. Ich rufe Hilfe. Alles wird gut, Selistra. Die Eier? Gerettet. Wir konnten sie aus den Fängen der Primalisten befreien. Zum Glück bin ich gerade rechtzeitig gekommen. Ich diene meiner Königin. Furorion, ihr habt meinen Dank. Eure Hilfe war unerwartet, aber begrüßenswert. Es war mir eine Ehre zu helfen, meine Königin. Ich nehme an, euer Schwarm wird uns bei der Rückeroberung der Obsidian-Zitadelle von den Jaradyn helfen. Selbstverständlich, nachdem die Eier in Sicherheit sind. Die sind bestimmt in Sicherheit, nun, da Rassageth vertrieben wurde. Ihr kennt sie nicht so gut wie ich, Jungblut. Sie ist unberechenbar. Wir müssen bei den Lebensbecken bleiben und unsere Zukunft sichern. Unsere Zukunft oder eure? Die Obsidian-Zitadelle verteidigt die gesamten Dracheninseln. Ihr könnt das Vermächtnis meines Schwarms nicht einfach unseren Feinden überlassen. Ich hätte erwartet, dass ihr euch mehr um den Schutz hilfloser Eier sorgt, Furorion. Dann bleibt. Kümmert euch darum, was eurem Schwarm wichtig ist. Ich rette das, was meinem wichtig ist. Ich kann euch helfen, euch hier zu entwickeln. Wir töten die Starken zum Schutz der Schwachen. Wir töten die Starken zum Schutz der Schwachen.